In unserer Klasse sind nur 10 Schüler, darum ist das nicht zu voll. Der Unterricht ist langsamer, aber wir müssen genauso viel lernen, um gute Noten zu bekommen. Wenn jemand mal richtig schlecht drauf ist, kann er zur Sozialarbeiterin Frau Ertel gehen. Wir haben die gleichen Fächer wie in einer anderen Schule. Aber bei uns macht der Unterricht viel mehr Spaß.